Hola a todos los aventureros, Lateinamerika und Wirtschaftsbegeisterte. Habt ihr schon mal was von CALA gehört? CALA bedeutet Carrera Alemana y Latinoamericana de Administración und ist ein Betriebswirtschaftsstudiengang zwischen Lateinamerika und Deutschland. CALA ist für mich einzigartig, weil es diesen Studiengang, diese Kombination aus BWL und Lateinamerika nur hier in Münster an der Fahrt gibt. Und für mich ist es mehr als nur ein Studiengang, weil wir so engen Kontakt zu den Latinos mit den Incomings haben, weil hier so ein Familiengefühl herrscht, wir sehr vielfältig sind von den Sprachen, von den Kulturen und von den Persönlichkeiten her und deswegen ist es für mich mehr als nur zu studieren. Für mich persönlich macht den Studiengang ganz besonders, dass wir sehr viele Incomings haben und die Deutschen und die Latinos quasi sofort mischen. Und da eine sehr enge Bindung geschaffen wird und wir in multikulturellen Teams arbeiten. Und das führt dazu, dass wir einfach voneinander auch lernen können. Weil ich glaube, wir können viel von Lateinamerikanern lernen und Lateinamerikaner können viel von uns lernen. Unsere Studierenden haben unter den Rahmenbedingungen des jeweiligen Gastlandes studiert, also auch in Deutschland die Latinos und dementsprechend den Abschluss erworben. Und das fördert natürlich auch die Zusammenarbeit und interkulturelle Kompetenz, um insbesondere in internationalen Teams später gut zusammenarbeiten zu können und effektiv zusammenarbeiten zu können. Also das KALA-Studium ist für mich ganz besonders gewesen, weil man eine sehr familiäre Atmosphäre hat. Man ist nicht wie in anderen BWL-Studien Nummer 1000 irgendwas, sondern hier hat der Student noch einen Namen und man kann viel individueller gefördert werden. Eigentlich kann man sagen, KALA ist eine ganz große Familie. Internationalität, wo man sich nicht lernen kann, muss man sie lernen. Inscrebe dich jetzt und lebe die Erfahrung mit KALA.